Hallo! Entschuldigen Sie, ich wollte eigentlich eine andere Fahrkarte. Ich glaube, da haben sie mir zu viel rausgegeben. Ich glaube, da hat... Laub, 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 laub! Boah, fett der Scheiße! Wenn Sie den Fühl aufsteigen, das ist ja Körperverletzung. Mann, wo haben Sie denn den Führerschein gemacht? Guck mal, Mann, Mann, Mann! Es ist aber sehr dunkel hier. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Ich habe einen falschen Fahrschein für Ihnen. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht auch Scheine dafür? A. A. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020